Hallo zusammen, heute möchte ich euch das Yenzi Siloro Spezial G-Pack vorstellen. Das ist eine wasserdichte Tasche, die im Packmaß, wenn sie leer ist, sehr klein ist, zusammenfaltbar. Man kann die dann auseinander ziehen. Hier habe ich die Tasche aufgebaut. Passt alles rein. Ich habe da mein komplettes Tackle drin. Reißverschlüsse kann man so öffnen. Man sieht, innen gummibeschichtet, da kann nichts passieren. Und hier habe ich alles drin, was man braucht. Die Abmessungen sind 45 in der Länge, 30 in der Höhe und 28 in der Breite. Da passt wirklich alles rein, was man braucht am Wasser.